Guten Tag, willkommen zu einer Runde. Let's singen Sie uns online. Von der selben Stelle wie beim letzten Mal. Für die, die es nicht verstanden haben, nochmal auf Deutsch. Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Ich seh dort mal wieder ein blaues Infozeichen von der Stelle vom letzten Mal. Hallöchen. So. Metro Transit. Metro Transit. Metro Transit. Faster than a speeding bullet. Whatever. So, äh, da sind wir wieder. Ähm, heute wurde die Folge veröffentlicht. 330. Und da hab ich dann gesehen. Wisst ihr, Amazon hat so eine, ähm. Throwback-Dinger, äh, letztes Jahr um dieselbe Zeit. Und da hab ich gesehen, Folge 290 oder so, war ja vor genau einem Jahr. Und da hab ich gemerkt, oh, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Wir müssen Demons-Plant nochmal richtig laufen. Ist mein Ziel. Wenn das heute nicht klappt, dann lassen wir uns erstmal und kümmern uns erstmal um wichtigere Sachen. Ja, das ist so das Ziel. So, ich würde auch jetzt erstmal, boah, in den Watchtower gehen. Und dann da ein bisschen Zeug machen. So, crazy Zeug und so, ne? You make me crazy! Ja, und die Kommentare, die gehen ja immer ab. Und es gab, ganz wichtig, die Anmerkung, ich soll keine Videos machen, die eine Stunde gehen, sondern lieber mehr Videos, die immer, ähm, dann, ne? Kürzer sind. Dazu möchte ich auch nochmal eine Äußerung hören. So, wir gehen natürlich, ähm, es geht nicht damit. So, deswegen mach ich immer noch 30 Minuten einfach einen Timer. Ah, 3-0-0-0, so. Wo gehen wir hin? Ja. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf zu dem. Lange ich mir so viel Bock habe. Nach den Kommentaren heute, da kriege ich immer Bock. Okay, das Batman-Words-Superman-Logo können wir eigentlich wegnehmen. Oder? Ne, ähm, es gab ja den Mulch zu einer Spoiler-Review. Das wird dann die nächste Folge sein. Die 332 schon mal als Vorwarnung für all die, die gesagt haben, Leuuuut, ich kenn den Film noch nicht. Dann guckt euch die nächste Folge erstmal nicht an. Ist jetzt nicht so wild, aber ich möchte erstmal hier wieder ein Video produzieren. Und dann die 332 raushauen mit der Batman v Superman. Ähm, Spoiler Review. Weil das gönnt sich ja gerade jeder auf YouTube irgendwie. Okay, ich bin eigentlich schon wieder ein bisschen spät. Ähm, aber ich denke, ich hab einen Grund dazu, meinen Senf zu geben. Nicht jeder hat das? Ich schon. Wir hatten gerade harte Frame Drops, ne? Naja, es geht. 100 waren drin, ne? Ja, bitte! Bitte lass ein besseres Team ab, bitte lass ein besseres Team ab, bitte lass ein besseres Team ab. Piu, piu, piu! Hawkman und Hawkgirl auch noch, ja? Boah! Die neuen Episoden kenn ich ja nicht. Ja, das Team ist doch bombastisch, Alter! Ich glaub, das Ding hab ich sogar schon. Oh, doch, hab ich. Haha, mich. Alter, das Shirt ist ja geil, was sie hat. Bisschen was drin? Ich glaub nicht, ne? So. Uh! Hallo, Senki. Fancy meeting you here. Did O send you? She's always got my back. Oh, der ist nah dran. Green Arrow was supposed to wait for backup. Alter, dieses Team, geil. Überlegt mal, wie lange wir hier für beim letzten Mal schon gebraucht haben. Krank. Einfach krankhaft. Hat er jetzt nicht gesagt. Hat er jetzt nicht gesagt. Braucht ich das? Oh, ich habe noch. Tut mir leid. Sie ist gar nicht nach vorne gescoutet, die Lügnerin. Die Snitch, Alter. Ah, so mag ich das. Achso, ja, und es gab die Wünsche, ähm, weil ich da mal mehr Kraft wechseln soll, aber ihr wart euch nicht ganz einig. Vielleicht, ähm, waren das mehr persönliche Wünsche. Es gab mehr so ein... Es war eigentlich nur meine Frage. Ich habe ja gefragt. Deswegen war die Antwort auch sehr berechtigt. Ähm. Was steht an hier so? Welche Kraft ist gerade wieder up to date? Welche spielt sich gerade wieder wie Munitions am ersten Tag? Muss man so zu sagen. Wie Quantum vor zwei Jahren. Und, ja. Besser fällt es mir gar nicht ein. Zu beschreiben. So, so, und zack. Weil Atomic ist es nicht. Denke ich. Aber ich liebe es hier. Spiel läuft ja, verdämmt sich. Und das ist ja das Hauptziel von allem. Drum und dran. 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 Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und ich denke, sogar morgen werde ich noch eine Folge aufnehmen. Also, für euch würde es jetzt nicht gerade viel wert sein. All die, weil die im Morgen diese Folge noch nicht herauskommt. Sondern erst übermorgen, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, weil morgen sollte noch die alte Folge Minecraft rauskommen. Für all die, die sich gewonnen haben, warum die Folge so komisch war, ist eine alte Folge. Und warum meine Haare da auch anders sind, das sollte ich vielleicht erwähnen. Ja, ich kriege die Collections zusammen. Gefällt mir. So, so, so. Ich bin ja sowieso, was, der schlechteste wahrscheinlich von den ganzen DDs. Ja, du. Genau, du. So, dann müssen wir mal kurz gucken, ey. Ähm, nein, komm. Hat sich jemand anders hier rausgesucht. So schön. Dafür könnten wir jetzt natürlich wieder einen Tank gebrauchen. Aber okay. Oh, ich war nicht ganz drinnen. Ich dachte, ich war ganz drinnen. Ah, ich war nicht ganz drinnen. Oh, nein. Ach, scheiß. Die Wand an. Habe ich ihn auch falsch gemacht, den Angriff. Den Orbitistrike daneben setzen, ist immer traurig. So wie bei Clash Royale. Den Feuerball falsch setzen. Holy moly. Hab ich. Mann, warum mach ich denn jetzt die Kombos falsch? Was ist hier los, Alter? Warte, da ist eine Bombe, da ist eine Bombe, da ist eine Bombe. Heilige, schwule Kacke. Dachte, er hat die Bombe noch bekommen. Hat er nicht? Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ja, nee, jetzt ist es vorbei. Hab er da. Der Bug ist übrigens immer noch da. Ich weiß nicht, ob ich DC neu installieren sollte oder wie wir das am besten regeln. Ach, das Ding hatte ich noch nicht bekommen. Zuhören. Oh, want to dance with somebody. Sorry für immer ganz gescreenshortet, aber ihr wollt auch geile Thumbnails haben. Da wird sowas wichtig. Oh. Ah, schade. Lego. Dün, dün, dün. Ah, dass wir nicht den Tank nehmen. Also das Mystically nicht Tank ist. Schon dumm. So dezent. Und. Aber okay. Schuld, äh, bin ich daran unterwegs nicht. So, ja. Ja. Und ja. Nein. Okay, Bomben. Scheiße. Ich glaube, du fühlst dich glücklich. 29, 29, okay. Ah. Äh, ah. Nehmen wir nochmal die Schulter mit, damit wir damit tanken können. I'm going to look for G.A. You take care of the Ninjas. I take care of the Ninjas. Aber es geht weitaus schneller als im letzten Mal. Ich hab zwar meinen 30 Minuten Timer, ich glaub, den brauchen wir gar nicht. Weil wenn wir hier durch sind, sind wir durch. Warteln, oder? Ah, ich geh mal zum Mystic. Ja, gut, dann halt nicht. Ich hätt' jetzt gedacht, wir machen so eine schöne Zweiteilung draus. Aber nein, aber nein, aber nein. Na komm. Ich will gar nicht wissen. Immer mich nicht der Letzte vom Schaden. Das wär echt traurig mit nem Healer noch drin. So, hm, warum hat er den Zweierangriff nicht gemacht? Das bringt dann gar nichts gerade. Oh. Ach, komm schon. So und so und so. Ah, ist ja easy jetzt, also. Rather gut, könnte noch ein Problem werden. Also ein bisschen länger dauern. Aber jetzt sonst so hab ich jetzt nicht die große Angst, dass hier irgendwas schief gehen wird. So, so und so. Ja, ja, bam. Alter, was ist das? Ich will sowas auch haben. Multiple Orbital Strike. Oh, sorry, ladies. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich seh gar nicht. Sorry. Weit ihr nochmal zurück? Weit ihr nicht zurück? Gut, ihr wart nicht mehr zurück. Oh, ich bin mir die Kamera versteht. Ich liebe diese Scheiße. Ich liebe diese Scheiße so viel. So, so viel. Falsch. Ist ja falsch gestellt, die Kamera. So? Ich weiß es nicht mehr. Ich merke einen Unterschied. Look like you could use a hand. Looks like you could use a hand. Mm, ich bin eine schöne Tante. Ach komm schon, der springt jetzt nicht immer aus meinem Orbital Strike raus, oder? Ohne Tank ist natürlich so ein Orbital Strike immer. Dann bleibt der halt nicht an einer Stelle und, äh, ein bisschen affig dann. So, ich vergesse immer meinen Achter dazu zu setzen, das ist ja dann total behindert. Wo ist die andere Bombe? I... Ouch. So. So. kritischer lifeless hermit der sieht gut aus ich glaube den brauche ich anscheinend wenn er so ja den brauche ich den niedlich es fackhalter nicht erst fack sondern es fack habt ihr schon alle mitgenommen das geht doch jetzt schneller voran das ist doch schön mit den cr punkten also immer so wenn man den dc hinterher hinkt jetzt wieder besser ihr müsst ihr überlegen habe seitdem nicht mehr gespielt seitdem die das dc draußen ist deswegen ich war eigentlich schon up to date fast wieder aber dann habe ich aufgehört weil es mir einfach dann stagniert es halt so extrem wenn du heiler wirst aber klar da unterscheidet sich dann die spreu vom weizen reich i told you i'm not interested in your nanda parbat timeshare timeshare heimlich listen to reason you could help me create a better star city a better world i must have something crazy in my ear i thought i just heard a maniac tell me to listen to reason die haben sie gedetet habe ich schon danke mann alter schon wieder ein tränk halt so viel die ich nicht schwarzen zu kommen ich kann es so sagen ist bist du okay ja kann es dass We were talking about you Any of your friends here ice because I might need it for that burn Wait for your backup love that shit so funny. Well at least I never dated Dracula Pity you oppose me Why I don't want to find another one? If you even step foot in Star City I promise you won't get that foot back Raish Algeca will just Lazarus pay him a new foot You are fools and you will remain fools until the day you die Ah well at least he's running and that's what's important now if only you would this is how I know that you care Hmm So äh Was hatte ich jetzt? Uh Schuhe 129 hab ich glaube ich auch schon Huh Ne wie Schuhe nochmal mit oder? Was gab's noch? Ah ich hab keine Ahnung Oh Oder wir nehmen das Ornament mit, ja Es geht ja eigentlich hauptsächlich um die Marks of Victory gerade Ja, 23, da krieg ich doch schon wieder was für Was kleinet Äh T, D, D Äh Quatsch nicht T Wer bin ich denn? D, D Ah, da sind eh alle weg Sind alle weg Sind alle weg Einer liebt mich Achso Hier waren wir jetzt Boah hab ich jetzt überall noch was vergessen? Hier nicht Hier auch nicht Hier auch nicht So, hier auch nicht Lalalala Ah da, okay Ich wusste, dass hinter so irgendeinem Ding versteckt sein muss Es scheint Es scheint dass meine daughter's foray in die central city hat nicht unnotiert von ihren heros oder ihren villains Aber das war part unserer Plan I will take advantage of our visitors and I will use them against the cities from which they came What the fuck I will turn their notable allies to our cause Was war das gerade? Ich hab grad voll damage bekommen und zwar hart So, ich glaube, da vorne hatte ich noch was überhört Oder besser gesagt, nicht überhört, sondern nur gehört aber nicht gesehen Also übersehen heißt das, genau Nicht überhört Ja Nein Nee, doch nicht Na, lieber einmal zu viel gucken, als einmal zu wenig, ne? Noch Errege, die man sich in DC merken sollte Lieber einmal zu viel gucken, als einmal zu wenig Sieht cool hier aus, so einanderpappert Und dann in diesem Two-Face-Look Screenshot Ja, gut, öö, dann fahren wir wieder nach Hause Sim, sim, sim Ist ja gut Ich hab doch ja nicht getan Das ist traurig Das ist wirklich traurig, die Aussicht Einfach einen JPEG hinter geklatscht Einfach einen JPEG hinter geklatscht Oder eine Bitmap oder so Naja Ja, gut Ja, dann würde ich sagen Ja, dann würde ich sagen Das war's eigentlich für heute Ich guck mal auf den Timer Noch acht Minuten, sagt er sogar Wir haben ein bisschen, ne? Den haben wir ein bisschen später angefangen Also würde ich sagen Passt das Ganze Und so Ich guck jetzt mich nochmal kurz hier um Was wir jetzt alles bekommen haben Achso, und das Loader müssen wir eh noch umstellen Weil ich sehe jetzt hier gerade das da Das da Und das da stimmt nicht mehr Das da sowieso nicht Und das hier erst recht nicht Und Gut Ornament Junction Box Spenden wir Achso, und wie viele Para habe ich eigentlich? Ja Geld Ein bisschen Wollt ihr nur mal gucken Das meine ich eigentlich nicht, aber Ich glaube das brauchen wir jetzt eh nicht mehr Decorations Donate Junk Box Ja Und das da So, dann würde ich sagen Nehm ich danach noch eine Folge auf Wo es dann ein bisschen um Batman v Superman geht Und vielleicht machen wir da Legenden PvP sogar Was jetzt natürlich am besten passen würde Das hier da rein Das hier da rein Ja Hm 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 So, ja ähm Kurz noch in die Bs Gimme dat Bs Der Popschuss will sie an meinen Bart gehädern Piuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui nicht porten muss. Hier übrigens, ne? Aaaaah, guck mal, Kohle und so. Wieder an und auch am Trinken und wie alles und keine Ahnung. Lass mich mal gucken. Unser Lieblings-Shoppy war ja da. Was geht denn hier ab? Falsche Seite alle. Ah, das sind auch nicht mehr die richtigen. Sachen, die wir sammeln müssen. Auch wenn wir sie uns nicht leisten können, aber. Kommt mal in die Kommentare schreiben, was ich gerade sammeln muss. Oder ist das da hinten im Hangar? Bei Black Hand das Ding jetzt schon, was wir sammeln müssen? Ja, schreibt mal. Ich meine, die CR werden ja auch einige von euch haben. oder auch nicht. Oder die, einige von euch werden die schon überschreiten. Alter, diese Aura will ich haben. Instant, sofort, haben. Ich will die haben. Ich, hier, denke, ich will die haben. Kann doch nicht sein, Alter. Das ist ja voll geil. Hey, wo ist das? Wie viele DRC habe ich jetzt eigentlich verpasst? Nur zwei, glaube ich. Nur. Respektor und Personalabschluss. Hä, kann man jetzt keine Augen mehr kaufen? Was ist jetzt los? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. wie sinnlos jetzt geht das nicht mehr oder was was ist denn gear up bundle gear up your character for battle with this great discount bundle get player system and amazing combat upgrades from the mainframe utility belt and the dynamic shield weapon purchase grants access to utilize these features relevant item must be earned or purchased in game like a system everybody is activated via your mission general mach keine dinge alter so geil also da kamen die sagen gerade eben her die ich wo ich gesagt habe geil will ich haben was der typ der gerade benutzt hat coole sache will ich sagen jetzt gucken wir mal ob der hier die sache ich brauche ja der hat er hat das was ich will eigentlich können wir uns die maske leisten oder gesparen ich will nicht waren wir waren noch nicht im tresor aber so eine regenbogen aura wird wahrscheinlich 23 million kosten schätze ich jetzt mal also ich gehe erstmal in tresor und dann überlege ich mir nochmal auf die maske hole und dann müsste die zeit auch rum sein wir haben noch zwei minuten schaffen wir so zwei minuten als fach und wer das ist ha 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 want to know to joke is so me und preises und was will it be so was will it be so was will it happen to you oh just us miss grab who knows you pay your money and you take your chances great you your preise Oh, das ist der Klop-Key. Kenne ich noch gar nicht. Wirklich nicht. Bekommen wir jetzt öfter so einen Start? Schrei, wir sehen die Kamenade. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir sind durch. Ja, da hinten ist noch eins. Break the presence and get your prices. Süß, da hat sich doch gelohnt. Das ist es. Das ist es. So war es. So lange, so lange, lange zu sehen. Let's go before we go to the end. Really bad. Nein. Okay, 59 Sekunden. Schauen wir. Schauen wir. Schauen wir nicht. Ja, Kollegen. Das war fast klar. Ich hatte es nämlich doch schon gesammelt. Idiot. Naja, was du hältst. Wofür das Gute ist kein Plan, Allah. Ah. Das lassen wir uns noch kurz probieren. Huck, you used to be a toy man. Lol. Okay, der ist ein bisschen hässlich. Ich will ein anderer Toyman sein. Okay, das ist cool. Gibt es hier noch andere Sachen? Alter. Ist hier so typisch? Das hier sind eigentlich die Sachen, die ich mir holen müsste, wahrscheinlich. So, der Wecker klingelt gerade. Und das hier sind die Sachen, die ich mir jetzt leisten kann, auch schon. Deswegen kaufe ich natürlich die hier. Kann ich mir die gönnen? Ja. Geil. Das ist es, wenn du länger wartest bei DC. Es bringt dir weitaus mehr. So, wo haben wir die Maske? Da. So. Jetzt war ich gerade zu Hause und habe den Loadout umgeschnitten. Ich kriege ein zu viel. Ständig wechselt irgendwas. Okay. Und wir sind noch 1, die R-Punkt aufgestiegen. Ist das nicht geil? Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play DC News Online. Schaltet wieder ein. Ich hoffe, die nächste Folge kommt übermorgen. Wenn das nicht klappt, tut es mir leid. Aber denkt dran, es könnte wahrscheinlich das Spoiler-Ding sein. Ich werde es auch nochmal groß reinschreiben. Batman v Superman. Spoiler Review. Nicht vergessen hier. Und abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.